Ich grüße euch, liebe Brüder und Schwestern, Gäste. Ich möchte ein Zeugnis ablegen, wie ich zu Gott gekommen bin. Oder genau gesagt, wie Gott mich geführt hat. Er hat mich selbst hierher geführt. Und in der Bibel, in dem Römerbrief, gibt es so ein Vers. Ich habe mich denen eröffnet, die mich gesucht haben. Und das ist bei mir unterstrichen und da steht geschrieben, das ist genau über mich. Und ich erkläre gleich, warum. Ich habe Gott nicht gesucht, überhaupt nicht. Потому что я приехала из России. Ich bin aus Russland hergekommen. Меня зовут Галина Wigel. Ich heiße Галина Wigel. Как вы знаете, в России православная вера. И как бы я семья православных. Und wie ihr wisst, ist in Russland meistens der orthodoxe Glaube. Und ich bin aus einer orthodoxen Familie. Und wir mit der Oma bin ich ab und zu mal in die Kirche. Und sie hat uns ab und zu hingeführt. Aber über Gott hat sie wenig geredet. Und über Jesus Christus habe ich überhaupt nie was gehört. Und dann würdet ihr euch vielleicht fragen, wie ist das aber mit dem Osterfest? Dort wird doch immer gesagt, dass Christus ist auferstanden. Und für mich war das so, dass Christus auferstanden ist, so wie eine Ikone in der Kirche. Einfach irgendein Wunder. Und für mich war Jesus Christus einfach nur einer, der irgendein Wunder vollbracht hat. Und unsere Oma hat uns immer so erzogen. Er wird dich bestrafen. Er wird dich unterwerfen. Und für mich war Gott irgendwie eine furchtbare Kraft, die er andauernd nur bestraft hat. Und deshalb habe ich nie Gott gesucht und auch nie in den Himmel geschaut. Irgendwie wollte ich das nicht. Und mein Teenager-Alter ist auf die 90er Jahre gefallen. Das war gerade der Untergang der Sowjetischen Union. Überall war unordnung. Die Menschen waren sauer. Die Löhne kamen zu spät oder kamen gar nicht an. Und auch die Renten nicht. Und auch bei mir hat sich das immer angesammelt. Der eine Mensch beleidigt mich, der andere tut mich verraten und noch was. Und ich gehe von der Arbeit und stehe an einer Bushaltestelle und irgendwie ist das alles in mir drin am Kochen. Und ich hebe meine Augen zum Himmel und sage, Herr, gibt es denn wirklich nicht in dieser Welt etwas, was Licht bringt, etwas, was Wärme bringt, etwas, was rein ist? Und ich habe natürlich keine Antwort bekommen, habe mich in den Bus gesetzt und bin nach Hause gefahren. Und es vergeht einige Zeit. Und es kam irgendwie zu bestimmten Ereignissen. Jetzt weiß ich, dass das nicht zufällig war, aber damals dachte ich, das ist alles nur Zufall. Ich schalte den Fernseher ein und treffe auf jeden Fall auf irgendein christliches Programm. Ich weiß nicht, was die für ein Glaubensbekenntnis haben, aber sie haben christliche Lieder gesungen. Und dort haben auch junge und alte Menschen Zeugnisse abgelegt. Der eine wurde von Gott geheilt, der andere wurde von Gott befreit oder geführt zum Glauben oder wie sie zu Gott gefunden haben. Und ich habe das alles angeschaut und habe gedacht, das sind vielleicht Lügner. Und ich habe das irgendwie aufgebracht, ausgeschaltet. Und in meinem Kopf ist Gott einer, der streng ist, der bestraft. Und die erzählen, wie Gott gut ist und wie er die Menschen liebt. Und es vergeht wieder einige Zeit. Und вдруг, auf einem Sonntag, klingelt es an der Tür. Und ich öffne die Tür, und da steht meine Tante. Und sie sagt, Gala, komm mit mir zur Versammlung. Und sie sagt, dass sie zu den Zeugen Jehovas geht. Aber mir das nicht so gut gefallen hat. Das hat mir irgendwie gleich nicht gefallen. Und bei mir war das so die Assoziation mit einer Versammlung. Versammlung von Pionieren, Versammlung von Komsomol und die Versammlung von Eltern zum Beispiel. Und ich dachte, da gibt es bestimmt nichts Gutes, es ist irgendeine Sekte. Und ich habe ihr immer wieder entsackt. Aber bevor ihr stehe, ich schlage mir in die Brust und sage, ich bin orthodox geboren und werde auch orthodox sterben. Und bin auch mit ihr nirgendwo hingegangen. Und es ging auch so weiter, sie kam fast jeden Sonntag. Und ich habe ihr immer wieder entsackt. Und es vergeht eine kurze Zeit, und ich komme hierher nach Deutschland. Ich bin Ende Oktober hergekommen. Das war in mitten einer Woche. Und am ersten Sonntag. Und mir sagt mein Mann, Edik, Gala, komm, wir gehen in die Kirche. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn er mir gesagt hätte, Gala, komm, wir gehen zu einer Versammlung. Und ich denke, dass Gott zu mir gesprochen hat, damit ich keine Angst habe. Und ich sage, ohne irgendwelche Fragen zu stellen, sage ich zu Edik, komm, fahren wir. Und wir sind einfach in ein Auto eingestiegen. Ich habe nicht mal gefragt, wohin fahren wir, was ist das für eine Gemeinde, wofür. Wir kommen in die Kirche, das war noch die alte Adresse, Almweg. Und wenn noch die älteren Mitglieder von uns sich noch daran erinnern, das war einfach nur ein Gebäude, in Ordnung gebracht. Ich komme aus dem Auto raus und schaue auf dieses Gebäude. Das Gebäude ist nicht geschmückt, es gibt keinen Schmuck, keine Kreuze. Und bei mir die Gedanken, ich bin doch in Deutschland, dann haben sie wahrscheinlich solche Gebäude. Ich komme dann hinein. Und wir kommen dann in den Saal, dort stehen dann die Bänke, vorne ist die Kanzel. Ich schaue mich um. Keine ikon, keine Kerzen. Und bei mir ist das ganz ruhig in meiner Seele, und ich sage zu mir, ich bin doch in Deutschland, sie haben hier solche Kirchen. Wir haben uns auf die Bank gesetzt. Und dann habe ich dann nachgeschaut, wo ist denn der Väterchen. Wir sind doch in einer Kirche, und ich habe die Vorstellung, da müsste so einer kommen, mit Bart und mit seiner Kutte. Und da saß einfach nur Bruder Victor mit ein paar Brüdern, ich kann mich sogar erinnern, in was für einem Pulli er anhatte, ganz normal angezogen. Und bei mir sind die Gedanken im Kopf, ich bin doch in Deutschland, das heißt, hier herrscht so eine Ordnung. Es fing an, die Versammlung, die Lieder, die Predigten, die Predigten habe ich nicht verstanden. Die Lieder haben mir sehr gefallen, die wir zusammen gesungen haben und auch vorne gesungen wurden. Und was mir irgendwie unüblich erschien, dass viele oft gesagt haben, preis dem Herrn, preis sei Jesus Christus. Dann habe ich mich gefragt, warum Jesus Christus, wer ist es, warum nicht preis sei Gott. Und die Predigt war zu Ende, und dann, wie gewohnt, alle haben angefangen zu beten. Und die Brüder und Schwestern fangen an, in Zungen zu beten, im Heiligen Geist. Und das hat mich überhaupt nicht erschrocken. Ich habe gedacht, alle beten in deutscher Sprache. Und als die Versammlung zu Ende war, war es wie üblich, nach der Versammlung trinken wir Tee. Und zu uns setzt sich ein Bruder und fängt an, mich auszufragen. Und wie Gala hat dich nicht erschrocken? Wie hat es dir gefallen? Gab es etwas Interessantes? Und hat dich auch nichts erschrocken. Und dann dachte ich, was will er von mir, warum sollte mich etwas erschrocken? Und das kam mir nicht mal in die Gedanken. Ich habe sogar vergessen, dass ich orthodox war. Mir hat alles gefallen. Und nachdem wir uns verabschiedet haben, hat er uns eine Bibel geschenkt. Und ich hatte so eine Vorstellung, die Bibel ist ein heiliges Buch, niemand hat das Recht, sie zu halten und zu lesen. Und er schenkt mir so ein Buch. Und vor der Bibel hatte ich einen großen Respekt. Und ich habe das mit zittrigen Händen angenommen. Ich konnte es kaum erwarten, zu lesen, was da drin steht. Denn in den orthodoxen Gemeinden ist das alles in alter slowenischer Sprache. Und auch die Gottesdienste werden so durchgeführt. Und mir war es interessant zu lesen, was da drin steht. Ich komme nach Hause, öffne die Bibel und fange an zu lesen. Und fange an zu lesen von den ersten Versen des Alten Testaments. Und da steht alles ganz verständlich, ganz normal in russischer Sprache mit einer Botschaft. Und ich habe das kapitelweise gelesen. Und es vergeht eine Zeit, und die Brüder und Schwestern haben sich dann interessiert, was liest ihr, das Alte oder das Neue Testament? Und wir haben gesagt, wir haben das Buch geöffnet und haben vom Alten Testament angefangen. Dann sagten die zu uns, nein, fangt mit dem Neuen Testament an, und das Alte Testament könnt ihr zusätzlich lesen. Und als ich angefangen habe, das Neue Testament zu lesen, dann stellte sich bei mir im Kopf alles an seinen Platz, alles in Ordnung. Und ich komme nach der Versammlung, öffne die Bibel und lese, und denke mir, das wurde heute in der Versammlung angesprochen. Ich lese weiter und sage mir, auch das habe ich dort schon gehört. Und dann habe ich mir gedacht, das ist die richtige Kirche, hier ist alles nach der Bibel, Wort für Wort, hier gefällt es mir, hier bleibe ich. Und mein Mann, Edik und ich, wir haben Buße getan am gleichen Tag. Es vergeht eine kurze Zeit, und ich nehme eine neue Arbeit an. Und meine Schichten waren so, dass ich unter der Woche abends um 18 Uhr angefangen habe, und am Wochenende vormittags um 8 Uhr, und ich konnte weder unter der Woche noch am Wochenende die Gottesdienste besuchen. Und das war eine Saisonarbeit, ich fing vom 1. März an und bis zum Ende Oktober. Und natürlich, in diesem Zeitpunkt, wir nicht in die Kirche gehen, wegen der Arbeit. Oh, natürlich waren wir in dieser Zeit auch nicht in der Kirche wegen der Arbeit. Aber die Seele lockt. Und als ich die Arbeit beendet habe, haben wir wieder angefangen, die Gemeinde zu besuchen. Und es kommt zum Neujahr 2001. Und so wie es bei uns üblich ist, versammeln wir uns zum Neujahr in der Kirche, und ungefähr fünf oder zehn vor zwölf fangen wir an zu beten, und kommen in das neue Jahr über im Gebet. Und ich habe auch nicht so ein... Es ist bei mir nicht üblich, dass ich während dem Gebet die Augen öffne. Aber in dieser Gebet, ich denke, dass der Herr das zugelassen hat, habe ich die Augen geöffnet. Und ich habe meine Brüder und Schwestern gesehen. Sie waren so glücklich, mir so nah, so verwandt. Und ich habe mich so nahe ihnen gefühlt. Und ich habe mir gedacht, ich möchte nie wieder von dieser Gemeinde weggehen. Ich möchte ein Mitglied dieser Familie sein. Und so bin ich zum Glauben gekommen. Und ich möchte noch erzählen, wie der Herr mich im Heiligen Geist getauft hat. Und das war auch in diesem Jahr 2001. Edik und ich, wir haben schon jedes Gottesdienst besucht. Und wir haben sehr oft gehört, wie die Brüder gesagt haben, eifert um den Heiligen Geist. Dass man auch die Wassertaufe annehmen sollte. Und ich habe das irgendwie nicht verstanden, oder es war noch nicht die Zeit gekommen, das ging mir irgendwie an mir vorbei. Und ich dachte, Gott hat andere Pläne. Und von dem Augenblick habe ich die Brüder und Schwestern gefragt, wie bei ihnen die Geistestaufe war. Und mir war es interessant, wer wird getauft von Gott, wozu und wie. Und ich habe die Stellen in der Bibel gelesen, wo auch die Geistestaufe geschrieben sind. Und ich hatte diesen großen Wunsch, ich wollte so sehr, dass der Herr mich tauft im Heiligen Geist. Wir haben uns mit den Brüdern versammelt zum Gebet. Und eines von den Gebeten, das war am Abend, wir haben gebetet, das erste Gebet ging zu Ende, und niemand wurde vom Herrn getauft im Geist. Das zweite Gebet ging vorbei, und niemand wurde getauft im Geist. Und ich erinnere mich, damals war Bruder Andreas Bichler Senior, dann Bruder Roman und Bruder Viktor dabei. Und Bruder Andreas sieht so eine Vision, Er sieht die Oberfläche von Wasser, drei Schleuse, 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 Kalozse, Schleuse. Drei Schleusen, und zwei von den Schleusen oder Brunnen, sie waren ganz fest verschlossen mit einem Deckel. Und eins von den Brunnen war ein bisschen geöffnet, und dort floss ganz klein wenig Wasser rein. Er hat das erzählt und sagt, und jetzt sind ihr darüber nach. Und da es schon später Abend war, und die Brüder waren auch schon müde. Und dann wurde auch niemand getauft im Heiligen Geist, und Bruder Roman sagte, ja, seid nicht betrübt, lasst uns nach der Schrift handeln. Und nicht immer getauft der Herr im Heiligen Geist sofort, wenn du gebetet hast. Und er liest diese Schriftstelle und dieses Gleichnis in der Bibel, wo der Nachbar kommt, an die Tür klopft und sagt, ich habe kein Brot, gib du mir Brot. Und er antwortet eben, ich gebe dir kein Brot, ich bin mit meinen Kindern schon im Bett, komm morgen, ich gebe es dir morgen. Und so war es dreimal. Und dann, im Endeffekt, hat er diesem Menschen dann das Brot durchgegeben. Und er hat diese Schriftstelle gelesen und sagt, und ich habe das so für mich aufgenommen, denn ich bin auch so im Charakter, geradewegs und ohne zurückzuweichen. Und ich habe gedacht, ohne zurückzuweichen, das ist deins. Und ich habe angefangen, weiter mit Eifer und mit Freimut zu beten, um die Taufe im Heiligen Geist. Wir sind nach Hause gekommen, ich bin betrübt in meinen Gefühlen. Und ich weine und frage mich, warum ist das so? Ich wollte unbedingt die Taufe im Geist, ich habe gebrannt. Und wir haben zu Hause gebetet, haben uns hingelegt und morgens aufgewacht. Und bei mir ist das alles im Kopf, und ich habe diesen Wunsch, und ich denke nur darüber nach und bete und bitte. Und das war Vormittag. Ich habe meine Tochter Xenia dann auch in den Kindergarten gebracht, das war um 8 Uhr morgens. Das war der 30. Januar. Und ich gehe und denke darüber nach und bin betrübt in meinen Gefühlen und denke, ich möchte das. Ich habe sie in den Kindergarten gebracht und komme zurück. Und es war Januar und es ist kalt und wenn ich normalerweise nach Hause komme, schlüpfe ich unter die Decke und wärme mich auf. Und dieses Mal bin ich nach Hause gekommen, habe die Tür zugemacht und sage zu mir, nein, Gala, du wirst dich heute nicht hinlegen. Ich bin ins Zimmer rein, im Kinderzimmer und schließe hinter mir die Tür und stelle mich auf die Knie und bitte um die Taufe im Heiligen Geist. Und kaum habe ich mich auf die Knie gestellt, hat der Herr mich im Heiligen Geist getauft. Und die Freude war nicht irdisch. Heiliger Geist, das ist Freude. Für mich war das ein Stückchen von Gott. Und die Brüder weisen auch einen zurecht über die Geistestaufe und sagen, wenn ihr getauft seid im Heiligen Geist, stellt euch öfters auf die Knie, ihr betet oft, damit eure Zungensprache sich entwickelt und das auch nicht weggeht. Und ich habe mich von morgens bis abends jede halbe Stunde, das war am Dienstag, und habe mich jedes Mal hingestellt auf die Knie und es kommt die Zungen, Zungen gebeten und dachte, preis sei Gott, es ist nicht weggegangen. Und ich konnte es kaum erwarten, bis der Abend kommt, wo man in die Kirche kommt und zusammen mit dem Volk zu beten. Und das war's. Und das war's. Sлавa Bogu!